Guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Town of Silent Coven. Wir sind Trapper. Und wir werden trappen, was das Zeug hält. Ich weiß noch nicht wen, aber das finden wir raus. Yogi the Trapper. Nightwarn. Hashtag alles Noobs außer Mutti. Extrem wichtig hier natürlich das Hashtag, damit die Leute, wenn ich tot bin, auch wissen, dass sie alles Noobs sind, außer sie werden meine Mutti. Aber ich kann euch versichern, meine Mutti spielt kein Town of Salem. So viel weiß ich. Und ja, erste Nacht, wir machen eine Trap. Making a Trap. Ich finde es ein bisschen schade, dass man nur eine Trap platzieren kann. Ich finde es irgendwie cool, wenn man mehrere platzieren kann, vielleicht sogar drei Stück oder so. Währenddessen schenke ich mir mal kurz Kaffee ein. Kaffee ist nämlich wichtig, um wach zu bleiben. Und ich bin gerade ein bisschen in einem Tief. Yay, ich wurde von einer Hexe kontrolliert. Das können wir direkt mal schreiben. I was controlled. I am Trap. Weil dann weiß die Town of erstmal, was ich bin. Und nice, der Crusader hat direkt in der ersten Nacht jemanden umgebracht. Den Potion Master. Das ist schon mal gut. Sehr gut. Und Steve wurde auch umgebracht. Das ist natürlich nicht so gut. Medusa. Okay, das heißt, Kroot ist durch einen freien Willen zu der Medusa gegangen. Und können wir es posten? Komm schon. Gib mir die Chance, es zu posten. Post, like and share. Und da claimt direkt jemand, dass er gepoisoned wurde. Das heißt, der zweite Random Coven ist ein Poisoner. Hier direkt mal Random Town 1. Vermutlich Steve. Das kann natürlich auch immer noch das Neutral Killing sein. Oh, das hat nicht getötet. Aber ich glaube, da werden wir nächste Nacht unter Umständen mehr wissen. Und Medium. Oh, Dr. Rothaus ist ein Mayor. Ja, der Mayor fühlt sich natürlich jetzt sicher. Weil es da eine Crusader gibt. Vote for all. Ja, fangen wir an. Dr. Rothaus fängt mit mir an. Still Trapper. Kann man ihm direkt mal sagen, weil wir haben es eh schon gesagt. Kinky Lizard. Wir voten einfach mal mit. Und er klemmt Invest. Okay. Nachdem er Invest geklemmt hat, wird er hochgevotet. Das gibt uns natürlich ein bisschen Zeit, das Ganze zu beobachten. Trapper. Dürfte eine Protektevolle sein? Ja, das ist natürlich direkt. Hätten wir auch hier oben gucken können. Steht hier alles da. Ist ja gar kein Problem. Und wir wissen natürlich dadurch, dass es bereits einen Crusader gibt. Und dass es auch ein zweiter Random Town ist. Das können wir auch direkt mal aufschreiben. Weil Crusader und Trapper sind beide Protekte. Und ja, wir sind alle Protekte. Der Crusader ist der zweite. Und es gibt hier in der Rollenliste nur einen Protekte. Dementsprechend, ja. Wissen wir Bescheid. Und Zeus ist vermutlich der Jester. Er klemmt Medium. Interessant. Interessant, interessant. Warum sollte ein Medium hier Guilty voten? Ich sage erst Jester und auch auf einen Schluck Kaffee. Du kannst nicht sprechen während den Votes. Ich bin Medium. Erst seit wann kann man nicht reden während den Votes? Medium wäre das dritte. Ich werde hier mal abstellen. Medium gleich Medusa. WTF? Warum sollte es Medium gleich Medusa sein? Ist es etwa das, was angezeigt wird? Nichts? Ich wüsste. Wir gucken mal kurz nach. Parallel. Ja, Medium ist Janitor oder Retri. Oder Necromancer in dem Fall. Macht ja auch Sinn. Weil er kann mit Toten sprechen. Er war wahrscheinlich wirklich Medium. Medium. Zeus, me, Chris, Steve's, Wizard. Gut. Wir haben einen... Okay, fuck, soll angeblich die Musik... Oh, damn. Never mind. Er war Coven Leader direkt. Well, hello there. My trap is ready. I am a trapper. Still. Muss man ja mal sagen. Wir werden hier accused ohne Ende. Wir claimen Trapper. Okay, nachdem Town Protective gekillt hat. Aber wir wurden kontrolliert. True story. Muss man auch mal sagen. Also, es ist eine wahre Geschichte. I know. Part 3, Random Town. Damn. One Town Protective ist already gone. Steve ist tot. Nein, Steve hat das Spiel verlassen. Gut, er war auch gestoned. Und Trainer Red wurde getötet. Durch das Gift des Poisoners. Road Veteran. Oh. Oh, das ist natürlich eklig. Ein Veteran, der in der ersten Nacht nicht auf Alarmbereitschaft geht. Und dann auch noch in dieser Nacht vergiftet wurde. Ist kritisch. Der wird sich wahrscheinlich nicht ärgern. Damn, warum war ich nicht auf Alarmbereitschaft? Dann hätte ich den Poisoner umgebracht. Und bam, wäre nicht gestorben. So ist es. Warwick Ulti. Hier ist ein League of Legends Spieler aktiv als Werewolf. Sehr schön. Er hat die Escort angesprungen und auseinandergenommen. Können auch direkt mal. Godspeed ist nicht Medusa. Er sagt uns gleichzeitig. Weiß auch wer. Matilda war das Ziel von dem, von dem, äh, hier Dings, ne? So. Die Escort ist das andere Rundin-Town, weil Mayor ist das erste Support. Mayor. So. So. All random towns. Nice. Are taken. We just. Need to get. The Mayor. And the. Werewolf. And. The Medusa. Doris, yeah, good. Scheint böse zu sein. Die Frage ist natürlich, Godspeed ist, I got cancer from my Coven Dudes. Das ist natürlich traurig. Doris, God. Good, nicht God. Sorry, falsch gelesen. Ja, muss man auch machen. Ich kriege mal Fragen. FCK, was ist deine Rolle? Ich befürchte nämlich fast, dass Doris, God, gut, ähm, die Adjester ist. Das könnte sein. Das wird so sein. Und ich meine, sie hat das Trainer und weht von Pokémon Trainer Red an. Und der ist bereits tot. Easy. Vielleicht können wir kommende Nacht auch endlich mal unsere Trap legen. So, Night 2. Jailed. Das heißt, hier passieren Dinge. Ich wollte gar nichts. Ich enthalte mich. Und der Mayor will sich in die Breche stürzen. Ist natürlich dumm. Weil es ist wirklich dumm. Weil er ist Mayor, er hat fucking drei Stimmen. Ich meine, gut, wir haben einen Jailer. Und, ähm, ja. Mal gucken, ob der Mayor zurechtgebotet hat. Das sieht gut aus. Der Coven-Leader ist gelieft. Der Coven-Leader ist gelieft. So rum nicht der Coven-Leader ist gelieft. What the fuck? Und ja, Doris, God. War scheinbar wirklich der letzte Coven, weil das Jester wäre schon aufgebloppt. Coven literally ruined this game with stupid plays. Wir haben immer noch den Jailer. Das ist vollkommen korrekt. Und wir haben nur noch den Werwolf, der heute Nacht nicht mehr aktiv ist. Unsere Trap ist bereit geplaced zu werden. Traps will trigger on players directly who is entering the trapped player, but will only harm and take us. You are told the rules of the players who visit your trapped target when it triggers. Gut. Das Problem ist, in dem Fall, der Protective aka der Crusader. Das heißt, wir sollten nicht auf ihn gehen. Goldspeed ist nicht die Medusa. Die ist nämlich tot. Wir gehen auf Blank. Blank bekommt unsere Trap ab. Oh. Und dementsprechend können wir schreiben, Just to prove me being trapped. Aber ich glaube, das ist nicht mehr nötig. The Inwest visited. GG. Das war fucking schnell. GG. Also das war ja hier. Wir sind ja hier im Prinzip nur durchgerannt. Aber gut. So kann es ja auch mal laufen. Dementsprechend würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn dem so ist, like das Ganze natürlich. Dürfen Sie uns auch abonnieren für mehr geilen Content. Und ja, haut rein. Habt einen schönen Tag. Und bye bye. Bye bye. Bis zum nächsten Mal.